Guten Abend, everyone. Hopp! Legen wir los. Kamera drei nach links in die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Was? Da! Scheiße. Bleib auf Sendung, Liebling. Na dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, töten Sie mich nicht, bitte töten Sie mich nicht. Spüren Sie im Kommen, General. Ihren Unterkampf. Einen großen Applaus bitte für die Skaver. Die besten Musikanten voll hier bis zum Mond. Mond, ja. Also, willkommen zurück. Begrüßt eine wahre Helden. Einen der größten Namen, den wir je in der Sendung hatten. Die Geißel der Terroristen. General Eggel. General Eggel. Ja, 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 ja. Danke. Vielen, vielen Dank. General Eggel. Nun, also, ich frage einfach mal ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Nun, Timmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Terror Billys war eine schreckliche Bedrohung. Das wird persönlich gereigelt. Für Sie, Carolina. Ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon unserem Hammer der Gerechtigkeit unterliegt. Ja, 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 ja. Und ich verspreche den Amerikanern. Was zum Teufel? Du hast doch einige Scheiße. Ich habe sie getötet. Scheiße. Lady, wir haben Sie nicht drauf. Es wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Oh, ja, Terror Billys. Oh Gott, seht euch an. Ihr stopft euch voll mit Bratwurst, während ihr vor euren Fernsehgeräten dahin vegetiert. Ihr lacht. Lacht über die Lügen, die sie euch auftischen. Lacht, bis ihr daran erstickt. Das ist nun vorbei. Das hat heute ein Ende. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, hört zu. Wir, der freie Widerstand, möchten, dass ihr euch uns anschließt. Sie lügen. Sie lügen. Sie drohen, sie foltern und sie töten. Sie machen euch gefügig. Sie schlagen euch. Sie, sie machen bloßes Denken zu einem Verbrechen. Aber wenn ihr euch heute versammelt und euer Herz sprechen lasst. Ja. Dann gehört ihr zu uns. Genau. Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer, einem Stein oder geballten Fäusten gegen das Regime kämpfen sehen, gehört ihr zu uns. Und wenn ihr heute Nacht auf eure Hände blickt und sie mit dem Blut unserer Unterdrücker getränkt sind, dann gehört ihr zu uns. Und wenn ihr eure Babys heute warm haltet und schwört, dass sie in Freiheit aufwachsen, gehört ihr zu uns. Habt ihr es vergessen? Sie haben den Krieg in unser Land gebracht. Uns geschlagen. Uns ermordet. Uns hingerichtet. Aber wisst ihr was? Heute erfahren sie, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir stehen zusammen. Und nichts und niemand kann uns unser Land nehmen. Heute Nacht werden sie brennen. Heute Nacht gerührt ihr zu uns. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Der Lug von diesem Scheiß-Regime-Wixler geht auf die Straße und zeigt Ihnen, dass das freie Schottland niemals aufgibt! Ah, ah 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 ah! Sekentiale… Ah! Ah, ja ah! Ah! Ah, ah! Ah! Du machst mich stark und gleichzeitig schwach. Willst du mich heiraten? Oh, William. Vielen Dank für's Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018